Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute ein außerplanmäßiges Video für euch. Ich habe es euch ja schon bei Snapchat angekündigt. Ich sitze ja gerade die ganze Zeit zu Hause wegen meinem geprellten Zeh und ich kann sowieso nicht rausgehen und kann sowieso nichts Sinnvolles machen. Deshalb dachte ich mir, mache ich jetzt einfach noch ein außerplanmäßiges Video für euch diese Woche. Ich finde, das eignet sich auch sehr gut als außerplanmäßiges Video, weil es ist natürlich ein Thema, was jetzt nicht jeden von euch interessiert und was nicht jeden betrifft. Aber heute geht es um das Thema Schlupflider. Ich bin neulich mal bei Pinterest auf so ein Make-up-Tutorial gestoßen und dann dachte ich mir so, hm, ich glaube, ich habe auch Schlupflider. Irgendwie sieht das bei mir so ähnlich aus und irgendwie funktioniert das bei mir auch alles nicht so gut. Und dann habe ich mir ganz viele Tutorials angeschaut bei YouTube und habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt und ich habe echt ein paar richtig coole, mega einfache Tricks gelernt, wie man einfach das Auge sehr viel offener und gelifteter aussehen lassen kann und es geht echt mega easy und falls ihr euch denkt, Resi, du siehst aus wie der letzte Freak. Ich weiß, ich habe nämlich eine Seite so geschminkt, wie ich es immer falsch gemacht habe früher und eine Seite so, wie ich es jetzt finde, dass es besser aussieht und ich glaube, man kann den Unterschied mega gut sehen. Also es sieht so aus, als würde ich mein eines Auge hochziehen und das andere so ein bisschen, äh, aber ist nicht so. Habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich schaue so direkt in die Kamera jetzt für euch, ohne mein Gesicht irgendwie zu bewegen und der Unterschied ist doch ziemlich cool, ja, und dachte mir, das muss ich unbedingt mit euch teilen, weil vielleicht haben wir ja von euch das Problem mit den Schlupflidern und es nervt euch auch. Dann bleibt jetzt dran, dann zeige ich euch jetzt mal, wie man das ganz einfach so schminken kann, dass das Auge sehr viel wacher, gelifteter aussieht. Quasi ein Instant Lifting heute mit Dr. Resi. Herzlich willkommen in meiner Schönheitspraxis. Also bleibt dran und dann zeige ich euch jetzt, wie ich das geschminkt habe. Jetzt zeige ich euch einfach quasi auf dieser Seite, wie ich das Ganze falsch mache. Ich meine, falsch oder richtig, es ist euer Gesicht. Wer macht hier die Regeln? Ihr könnt natürlich selber entscheiden, wie ihr euch schminkt, aber ich zeige euch einfach hier, wie ich das immer falsch gemacht habe und hier, wie ich das jetzt gelernt habe, wie ich finde, dass es irgendwie besser aussieht. Genau, und jetzt fangen wir mal an, bevor es losgeht mit dem Augenmakeup. Ihr seht schon, meine Augenbrauen sind total unterschiedlich, aber ich wollte euch das nämlich zeigen, dass es auch einen Riesenunterschied macht, wie man seine Augenbrauen nachmalt. Ich habe nämlich hier auf der Seite, das habe ich früher immer gemacht, meine Augenbrauen viel zu weit hier runter gemalt. Ihr seht das, wenn ich meinen Kopf so ein bisschen drehe, dann geht die Augenbraue hier relativ weit runter und ich habe das einfach immer viel zu weit nachgemalt. Und wenn ihr einfach hier oben diesen Bogen nicht nachmalt, dann geht das einfach mit dem Auge und es drückt das Auge so ein bisschen runter. Ich glaube, man sieht den Unterschied schon ganz gut. Sorry, ich muss hier immer in meinen Viewfinder schauen, dass ich sehe, dass ich euch auch das Richtige zeige. Und auf der Seite habe ich die Augenbraue einfach nicht so ganz weit runter gemalt. Und jeder hat ja hier schon so einen höchsten Punkt von der Augenbraue und da muss man eigentlich nur mit der Form gehen, dass man bis hierhin nach oben geht und dann hier ein bisschen runter, aber nicht zu weit. Und ihr seht schon, wenn ich so gerade gucke, dass einfach dieses Auge viel gelifteter ist, einfach weil die Augenbraue weiter nach oben geht. Und hier, das drückt das Auge so ein bisschen, wenn man die Augenbraue zu weit runter malt. Und es sieht dann einfach so ein bisschen müde aus. Genau, jetzt fangen wir mal an. Ich zeige euch jetzt mal gerade auf der Seite, was ich immer falsch gemacht habe. Und zwar, ich liebe natürlich Glitzer-Lidschatten und bin dann immer mit einem hellen Farbton, man fängt ja immer hell an, mit einem hellen Farbton einfach über das komplette Auge gegangen. Das mache ich jetzt mal. Und ich habe die helle Farbe halt auch immer hier noch schön in die Lidfalte gegeben und einfach so über das komplette Augenlid bis nach oben hin, weil ich mir dachte, ne, Glitter, wieso nicht? Gönne ich mir einfach mal ein bisschen mehr davon. Jetzt zeige ich euch auf der anderen Seite, wie man es richtig macht. Und zwar nehme ich hier einen hellen Lidschatten. Das ist so eine helle Hautfarbe. Und da ist es ganz wichtig einfach, dass es ein matter Lidschatten ist. Das ist eigentlich auch schon der größte Trick an der Sache. Kein Glitter-Lidschatten nehmen, sondern eine helle matte Farbe. Und die gebe ich jetzt nicht über das komplette Lid, sondern einfach nur hier unten auf mein bewegliches Lid, weil das möchte ich ja betonen. Dann zeige ich euch jetzt auf der Seite, was ich dann immer gemacht habe. Natürlich geht man hier hinten mit einem dunklen Lidschatten rein und in die Lidfalte. Das wissen wir ja alle. Und ich habe dann auch immer hier so einen schönen Glitter-Lidschatten genommen, weil warum nicht? Glitzer, glitzer überall. Und ich habe dann immer angefangen, hier im äußeren Drittel quasi schon den Glitter-Lidschatten aufzugeben, den dunklen, so bis dahin. Und was ich immer gedacht habe, natürlich, man muss ja die Lidfalte irgendwie auch zurücksetzen mit einer dunklen Farbe und habe das Ganze dann immer komplett in meine Lidfalte reingegeben. Und das mache ich jetzt auch mal. Weil das Ding ist halt einfach konturieren und highlighten. Das Gleiche machen wir mit dem Auge. Und Glitter bringt natürlich Sachen in den Vordergrund. In dem Moment, wo ich mir hier einen dunklen Glitter-Lidschatten reingebe, macht das natürlich das Ganze noch extremer und sichtbarer. Deshalb nehmen wir jetzt für die andere Seite, das ist ganz wichtig, einen matten Lidschatten, auch in einer dunkleren Farbe. Ich habe jetzt einfach hier diesen Honolulu Bronzer. Ihr nehmt irgendeinen dunklen Lidschatten. Total egal, was es für einer ist. Hauptsache, er ist ein bisschen dunkler als der in der Mitte und Hauptsache, es ist ein matter Ton. Und jetzt kommt eigentlich der größte und der eigentliche Trick. Und der ist so, so einfach, aber er funktioniert so, so gut. Ich nehme mir jetzt hier so einen kleinen Pinsel, der ein bisschen definierter ist als der vorhin. Und dann gehe ich, das ist ganz wichtig, in meinen Lidschatten rein. Und ich gehe nicht so einmal durch, sondern ich gehe nur mit einer Seite hier rein und bringe das Produkt quasi nur auf diese eine Seite von dem Pinsel. Und dann, was wir jetzt machen, ich habe nämlich immer gedacht, ich muss das dunkle Produkt, den dunklen Lidschatten, in die Lidfalte bringen. Aber das ist der super Trick. Wir gehen einfach ein bisschen über die Lidfalte drüber und kreieren uns quasi eine neue Lidfalte, die ein bisschen weiter oben sitzt. Und dadurch zieht es das ganze Auge nach oben. Und da ist jetzt ganz wichtig, ihr nehmt die Seite, wo das Produkt drauf ist, nach oben. Die andere Seite, die unten ist, dort haben wir kein Produkt drauf. Dann kommt man erst gar nicht in die Verlegenheit, dass man sich das Produkt zu weit nach unten hinschmiert. Deshalb drehen wir den jetzt einfach. Und ich gehe auch nicht aufs Lid ans äußere Ende, sondern ich gehe jetzt einfach hier oben über meine Lidfalte, da, wo ich die neue Lidfalte kreieren will, mit dem Produkt hin und blende das ganz vorsichtig aus. Und ich weiß, es ist erstmal total komisch und ungewohnt, dass man dieses Produkt einfach so weit nach oben bringt, den dunklen Lidschatten. Das macht man normal nicht, aber vertraut mir, Leute, es ist echt ein cooler Effekt und es funktioniert echt sehr, sehr gut. Und da ist nur wichtig, dass ihr es schön ausblendet, aber immer nach oben verblendet, nicht nach unten aufs Lid. So, und wenn wir das Ganze schön verblendet haben, glaube ich, kann man schon sehr, sehr gut den Unterschied sehen. Also dieses Auge ist einfach total gedrückt und geht einfach voll weit nach unten. Und hier seht ihr es schon, wir haben uns einfach quasi eine neue Lidfalte kreiert, die viel weiter oben sitzt. Und dadurch sieht dieses Auge einfach so, so viel wacher aus und so, so viel größer. Also das ist eigentlich schon der ganze Trick. Dann habe ich bei voll vielen Tutorials gesehen, wo die Leute gesagt haben, man darf, wenn man ein Schlupfli hat, niemals Glitzer Lidschatten tragen. Das finde ich ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Man kann schon Glitzer Lidschatten tragen. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das mache, dass ihr trotzdem euren Lieblings Glitzer Lidschatten benutzen könnt und darauf nicht verzichten könnt. Müsst. Könnt. Ihr könnt nicht drauf verzichten. Ihr müsst auch nicht drauf verzichten. Ich nehme mir jetzt einfach hier so einen kleinen Bleistiftpinsel und gehe jetzt hier in einen hellen Farbton rein. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr dabei nicht auf das obere Lid kommt mit dem Glitzer Lidschatten, sondern einfach nur hier in die innere Ecke quasi von eurem Auge geht und da so ein bisschen highlightet. Das öffnet das Auge auch noch ein bisschen. Und dann könnt ihr das hier in der Mitte auch noch ein bisschen weiter ausblenden und drauf geben. Nur darauf achten, dass ihr mit dem Glitter nicht zu weit hochkommt, weil dann betonen wir ja wieder die Lidfalte. Das wollen wir ja nicht. So Leute, jetzt sind wir schon fast fertig. Dann noch ein kleiner Trick, der auch einen Riesenunterschied macht. Einfach in einen hellen Lidschatten gehen. Da könnt ihr auch gerne ein Glitter nehmen, weil wir wollen jetzt betonen und nicht verstecken. Und dann gehe ich noch unter meiner Augenbraue hier oben am höchsten Punkt. Da highlighte ich jetzt noch mit einer hellen Farbe und das zieht das Auge auch noch mal richtig schön nach oben. Und da brauchen wir auch gar nicht sparsam sein. Also da gehe ich richtig weit hier oben, richtig nah an die Augenbraue ran. Genau, Leute, und das ist eigentlich schon der ganze Trick. Jetzt kommt natürlich noch das Ding Eyelinerstrich. Ich habe auch früher immer einen Eyelinerstrich getragen, aber es ist natürlich einfach schwierig mit einem Schlupflied. Ich werde den jetzt auf der Seite mal auftragen und dann zeige ich euch mal, was ich meine, was das Problem ist bei Schlupfliedern und einem Eyelinerstrich. So, Leute, ich habe mir jetzt hier einen Eyelinerstrich gemacht und ich glaube, man sieht es schon ganz gut. Das Problem ist halt einfach, wenn sowieso schon so wenig von dem Augenlid sichtbar ist und man dann noch einen Eyelinerstrich trägt und man jetzt so noch mal guckt, dann seht ihr schon, man bleibt vom Lid echt nichts mehr übrig und auch hier an der Seite, wenn das Auge hier so ein bisschen schlaff ist, dann geht das hier so runter und der wird quasi unterbrochen, der Eyelinerstrich, und das Auge sieht einfach so total müde aus. Aber, Leute, ihr müsst natürlich auch bei Schlupfliedern nicht auf einen Eyelinerstrich verzichten. Ich trage meistens keinen. Ich finde es jetzt so auf der Seite, wie es ist, eigentlich am schönsten. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht drauf verzichten, kein Problem. Ihr könnt auch einfach mit einem schwarzen Lidschatten ganz, ganz vorsichtig mit einem dünnen Pinsel hier oben an eurem Wimpernkranz entlang gehen und dann habt ihr einen ähnlichen Effekt. Oder wenn ihr euch einen Eyelinerstrich zieht, dann wirklich nur ganz, ganz dünn und ganz nah am Wimpernbändchen und nicht so einen extremen Wing an der Seite machen. Dann kann man durchaus auch mit Schlupfliedern einen Eyelinerstrich tragen, kein Problem. Aber ihr seht es, wenn ich den jetzt so dick mache wie auf der Seite, dann tue ich mir da irgendwie keinen Gefallen. Dann noch ein kleiner letzter Trick, was man noch mit den Wimpern machen kann. Das mache ich ehrlich gesagt im Alltag auch nicht, aber es ist ein ganz cooler Effekt. Ich kör mir jetzt auf der Seite hier einfach noch meine Wimpern ein bisschen mit einer Wimpernzange. Das macht auch noch einen Unterschied, weil das die Wimpern einfach noch ein bisschen nach oben bringt und das Auge auch noch ein bisschen öffnet. Genau, jetzt trage ich mal meinen Mascara auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Make-up-Look quasi. So gehe ich jetzt raus. Nein, natürlich nicht, aber ich wollte euch einfach zwei verschiedene Varianten zeigen, wie ich es falsch gemacht habe, wie ich es richtig gemacht habe und der Unterschied ist echt ziemlich cool. Ich hoffe, dass euch das Video Spaß gemacht hat und dass es euch auch ein bisschen weitergeholfen hat, wenn ihr auch das Problem mit den Schlupflidern habt. Also ihr seht, man kann so ziemlich jedes Problem lösen und dann braucht man nicht unbedingt sich gleich die Augen liften lassen. Da kann man auch mit Make-up ziemlich viel machen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen hoch und Abo nicht vergessen und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut!